Guten Tag, Freunde! Unser Tag im Süddeutschland, bei dem Lago von Bodensee. Hier ist es die Vierländeecke, denn es gibt vier Länder, die bei diesem Lago von Bodensee sind. Das sind Liechtenstein, Austria, Alemann und Suisse. Heute, September 11, wieder einmal. Wir haben noch niebe. Aber es ist ein guter Zeit für die Bühne, für die Bühne, für die Bühne, für die kleine Bühne, die hier sind. Sie sind sehr schön. Mitos. Sie sind in Ecuador. Sie sind in Ecuador. Sie sind in Ecuador. in Sao Paulo. Rüe, Bogotá. Hier ist es viel besser. Hier ist es viel besser. und mit einem europäischen Passaport gegen die europäische Passage Ein passager. Entschuldigung, Kolumbien, Perus, die Leute können in Europa kommen. Sie brauchen nicht eine Visa oder eine Europäische Passage. Wir haben eine Frage.